Solltest du dir im Jahr 2023 noch einen Nintendo Switch kaufen? Die Nintendo Switch wird dieses Jahr sechs Jahre alt und langsam wird es Zeit, dass Nintendo eine neue Konsole auf den Markt bringt. Wenn man das weiß, sollte man dann noch 300 Euro für so eine Konsole ausgeben? Die Frage ist, wie viel willst du damit spielen? Ja, eine neue Konsole wird auf jeden Fall rauskommen. Aber wenn du so richtig Bock auf Zelda, Mario oder Kirby hast, dann kauf dir eine. Es zahlt sich wirklich aus. Wenn du aber nur hin und wieder spielen möchtest, dann warte auf die nächste Konsole. Hast du einen Nintendo Switch?